Wie läuft dein Tag? How's your day going? Was hast du am Wochenende vor? What are your plans for the weekend? Ich gehe ins Fitnessstudio. I'm going to the gym. Möchtest du mit mir einen Kaffee trinken gehen? Would you like to join me for coffee? Lass uns zusammen Mittagessen. Let's have lunch together. Let's have lunch together. Ich treffe mich heute Abend mit ein paar Freunden. Was machst du gerne in deiner Freizeit? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Ich liebe es, Bücher zu lesen. I love reading books. I love reading books. I love reading books. Spielst du Sportarten? Do you play any sports? Do you play any sports? Do you play any sports? Ich genieße das Wandern in den Bergen. Ich lerne Gitarre zu spielen. Lass uns ins Kino gehen. Let's go to the movies. Let's go to the movies. Hast du in letzter Zeit gute Filme gesehen? Have you seen any good films recently? Have you seen any good films recently? Ich bin ein großer Fan von Jazzmusik. Ich bin ein großer Fan von Jazzmusik. Willst du zum Konzert gehen? Do you want to go to the concert? Do you want to go to the concert? Ich würde gerne mehr reisen. I'd love to travel more. Warst du schon mal in Italien? Have you ever been to Italy? Ich lerne gerne neue Sprachen. Ich lerne gerne neue Sprachen. Ich lerne gerne neue Sprachen. Fotografie ist mein Hobby. Fotografie ist mein Hobby. Fotografie ist mein Hobby. Ich koche gerne italienisches Essen. Ich koche gerne italienisches Essen. Ich boche gerne italienisches Essen. Ich koche gerne italienisches Essen. Ich koche gerne italienisches Essen. Ich koche gerne italienisches Essen. Lass uns eine Party schmeißen! Hast du Empfehlungen für ein gutes Restaurant? Do you have any recommendations for a good restaurant? Wir sollten uns öfter treffen. Möchtest du unserem Buchclub beitreten? Do you want to join our book club? Ich gehe im Park spazieren. Lass uns ein Brettspiel spielen. Let's play a board game. Ich plane einen Ausflug zum Strand. I'm planning a trip to the beach. Möchtest du zu meiner Yoga-Klasse kommen? Would you like to come to my Yoga-Klasse? Ich interessiere mich für Kunst und Kultur. Willst du gemeinsam das Spiel anschauen? Do you want to watch the game together? Ich gehe zum Bauernmarkt. Ich gehe zum Bauernmarkt. Ich liebe Gartenarbeit. Lass uns am Wochenende grillen. Let's have a barbecue this weekend. Let's have a barbecue this weekend. Let's have a barbecue this weekend. Ich gehe gerne angeln. Ich gehe gerne angeln. Ich gehe gerne angeln. Ich gehe gerne angeln. Ich plane eine Fahrradtour. Ich spiele in einer lokalen Fußballmannschaft. Ich spiele in einer lokalen Fußballmannschaft. Lass uns zusammen laufen gehen. Ich mache ehrenamtlich Arbeit im Tierheim. Ich bin volunteering at the animal shelter. Ich erkunde gerne neue Arte. I like to explore new places. Hast du einen Lieblingsautor? Do you have a favorite author? Do you have a favorite author? Ich nehme an einem Kochkurs teil. I'm taking a cooking class. Lass uns heute Abend tanzen gehen. Let's go dancing tonight. Spielst du irgendwelche Musikinstrumente? Do you play any musical instruments? Do you play any musical instruments? Do you play any musical instruments? Ich mag klettern. Ich suche einen Reisepartner. I'm looking for a travel buddy. I'm looking for a travel buddy. Ich lerne Stricken. I'm learning how to knit. Lass uns einen Roadtrip machen. Let's go on a road trip. Ich möchte lernen, wie man surft. Malst oder zeichnest du gerne? Do you enjoy painting or drawing? Ich nehme dieses Wochenende an einem Workshop teil. Ich schreibe gerne Gedichte. hätte ich meinen회eren in eurem Workshop Hola, Ich lineswarte einen Spielabend bei mir zu Hause. Ich versuche einen Spielabend bei mir zu Hause. I'm hosting a game night at my place. Lass uns zu einer Comedy Show gehen. Let's go to a comedy show. Ich nehme an einem Marathon teil. I'm participating in a marathon. Ich interessiere mich für Umweltschutz. I'm interested in environmental conservation. Lass uns diesen Sommer Kajak fahren gehen. Let's go kayaking this summer. Ich besuche ein Musikfestival. Ich nehme an einem Online-Kurs teil. Gehst du gerne campen? Ich lerne Salsa tanzen. Ich mache gerne DIY-Projekte. Lass uns ein Picknick im Park machen. Let's have a picnic in the park. Ich gehe zu einem Töpferkurs. 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 Ich beobachte gerne Vögel. Ich beobachte gerne Vögel. Ich gehe zu einem Töpferkurs. 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 Lass uns eine Gruppenwanderung organisieren. Let's organize a group hike. Let's organize a group hike. Ich besuche ein Filmfestival. Magst du scrapbooking? Do you enjoy scrapbooking? Ich bin Mitglied in einem Schachclub. Ich sammle gerne vintage Artikel. Lass uns zusammen einen Garten anlegen. Ich lerne zu bildhauern. Möchtest du einer Büchertauschgruppe beitreten? Ich interessiere mich für Amateurastronomie. Lass uns zu einer Kunstausstellung gehen. Ich übe Kalligrafie. Baust du gerne Modellflugzeuge oder Schiffe? Ich interessiere mich für historische Nachstellungen. Lass uns ein paar Videospiele spielen. Ich gehe zu einem Sprachtreffen. I'm going to a language meetup. Ich mag urban gardening. Willst du bouldern gehen? Do you want to go bouldering? Do you want to go bouldering? Ich besuche einen Tanzkurs. Ich besuche einen Tanzkurs. I'm attending a dance class. Lass uns am Wochenende ein Museum besuchen. Let's visit a museum this weekend. Let's visit a museum this weekend. Let's visit a museum this weekend. Ich mache gerne handgemachte Bastelarbeiten. Ich mache gerne handgemachte Bastelarbeiten. I enjoy making homemade crafts. Willst du einen Buchclub gründen? Willst du einen Buchclub gründen? Do you want to start a book club? Ich trainiere für einen Triathlon. Lass uns in eine Karaoke-Bar gehen. Let's go to a karaoke bar. Ich lerne digitale Fotografie. Ich lerne digitale Fotografie. Spielst du Online-Spiele? Do you play any online games? Ich werde an einer Koch-Herausforderung teilnehmen. Lass uns eine Stadtführung planen. Lass uns eine Stadtführung planen. Let's plan a city tour. Let's plan a city tour. Ich genieße Yoga und Meditation. 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 Möchtest du ein lokales Theaterstück besuchen? Do you want to attend a local theater play? Do you want to attend a local theater play? Do you want to attend a local theater play? Ich lerne, meine eigenen Kleider zu machen. Lass uns eine lokale Brauerei besuchen. Let's visit a local brewery. Let's visit a local brewery. Ich interessiere mich für Fitness und Gesundheit. I'm into fitness and health. I'm into fitness and health. Möchtest du einer Wandergruppe beitreten? Do you want to join a hiking group? Do you want to join a hiking group? Ich besuche einen Workshop für kreatives Schreiben. Lass uns an diesem Wochenende zu einem Flohmarkt gehen. Let's go to a flea market this weekend. Ich sehe gerne Dokumentationen. Gehst du gerne Ski oder Snowboard fahren? Ich nehme an einem Kurs zur persönlichen Entwicklung teil. Lass uns an einem Pub-Quiz-Abend teilnehmen. Let's join a pub-quiz night. Ich plane, Rucksackreisen zu machen. Ich plane, Rucksackreisen zu machen. Ich plane, Rucksackreise zu machen. Ich plane, Rucksackreise zu machen. Gehst du gerne zu Musikjams oder offenen Mikrofonabenden? Ich gehe zu einer Vorlesung über moderne Kunst. Lass uns einen Spieleabend mit der Familie haben. Ich genieße Vogelbeobachtungen in der Natur. Möchtest du auf einen Angelausflug gehen? Ich lerne, mein eigenes Bier zu brauen. Lass uns gemeinsam eine Modeleisenbahn bauen. Ich lerne gerne über verschiedene Kulturen. Möchtest du einer Fantasy-Sportliga beitreten? Ich übe Kampfkünste. Lass uns ein Campingabenteuer planen. Let's plan a camping adventure. Ich sehe gerne Basketball und spiele ihn auch. Möchtest du gemeinsam Töpfern lernen? Ich gehe zu einer Weinverkostung. Lass uns an einem Fitness-Bootcamp teilnehmen. Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad in der Stadt herum. Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad fahren. chut neben der Stadt super recommandeln. Yep, ich bin ein Plan. Ich fahre gerne mit meinem Fahrrad linearin. Möchtest du einen Malkurs nehmen? Do you want to take a painting class? Ich plane einen Tauchausflug. I'm planning a scuba diving trip. Lass uns einen Filmabend mit einem bestimmten Thema machen. Ich erkunde gerne die lokale Geschichte und das Erbe. Möchtest du Schlittschuh laufen gehen? Do you want to go ice skating? Do you want to go ice skating? Do you want to go ice skating? Ich lerne Klavier spielen. Lass uns einen Fotografieausflug machen. Ich entspanne gerne, indem ich Kreuzworträtsel löse. Ich plaode ohne Funktion. Ich schnauze über die Kasteine. 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 Untertitelung des ZDF, 2020